Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Republic Commando Und weg hier, ist wieder ein Speicherpunkt, jawoll Ich gehe ein bisschen nach oben Ich glaube so zu gucken ist angenehmer für die Augen Wir waren große Klasse auf dem Schiff Ja, du hängst am Bein Sie haben jetzt aber auch kaputt deshalb Ja, sind sie, gut Ich habe echt schon gedacht, ich muss gegen die alle jetzt kämpfen Wir werden angegriffen, Sir Es gibt hier ein Droidenproblem, Boss Stirb, du kleiner Schreuthaufen Die Handelsföderation ist wohl nicht sehr glücklich darüber, dass wir hier sind Vorsicht, Deltas, wir haben das Schiff ziemlich zugerichtet, das gefällt ihnen nicht So wie die Droiden sich aufführen, könnte man meinen, wir sind hier nicht willkommen Haltet sie einfach in Schach, keine Heldentaten Wenn wir wieder zusammentreffen, schlagen wir uns zur Brücke vor und verschwinden von diesem Monster Roger, alles klar, Boss Verstanden Äh, wo muss ich jetzt lang, da muss ich lang, oh Gott NAH Ich war halt Ruiden Da rein, ne? Schnell rein da, rein da, rein da, rein da Und weg Yes So, jetzt wird er wieder hochgeheilt Schilde werden auch vollgeladen Alter, hier war das eine Schallstelle Was ist das Geräusch? Wo? Okay, das ist natürlich zu ihr sein So, jetzt wird er mal Sterne im Nahkampf besiegen So Diese Munition wieder mitnehmen Aber ich hab schon wieder alle volle Granaten, die müssen ja eigentlich öfter die Granaten benutzen So So Volle Munition auf jeden Fall, außer auf weise Habe ich nicht die Mitte, weil ich die andere noch nicht habe? Ich kümmere mich darum, Sir Ne Ich hab mir noch keine Ahnung von den Scheiß Gute Arbeit 07 Entdeckung, sie kommen zurück Oh Gott, Ruidenkars Kriegen wir den besiegt? So oder was? Nö Ich glaub ich geh jetzt mal nach hier irgendwo Ah fuck ey Ich komm doch nicht durch die Schilde durch Ah, frische Munition Hier ist doch nicht Wieso geht das? Hm Danke für die Hilfe, Sir Aber ich hab hier keine Heilung Ich brauch direkt ne Heilung Ich brauch direkt ne Heilung Ich hab mal was fast drauf, ja So Ich bin einfach mal fast tot Wir sind angegriffen, Sir Wir sitzen in der Falle Das ist ne Heilung Die schnapp ich mir Das ist ne Heilung Sekundärziele erreicht Warte auf weitere Befehle Gute Arbeit 3 Irgendwohr Ich brauch wieder die Waffe hier Von dort führt ein Aufzug Direkt zur Brücke Roger An die Arbeit Deltas Zack So einfacher zu besiegen als die Superkampftoroiden Was für ne Ok, jetzt hab ich den Aufsatz wieder Ok Habe ich den nur wenn die anderen dabei sind oder was? Das hab ich jetzt noch nicht so ganz verstanden Fühle mich wieder gut So ich bin fast tot, eh Oh Delta Team bei 100% Ja, das muss doch nicht bei 100% sein So Ich trinke einfach nicht genug davon Ah, verdammter Leben Nein, die andere Waffe Verdammt Ist ja falsch Lieber die hier Ah Was ist das? Ein Druidenträger 07 Sie ist beim nächsten Mal den Einsatzbefehl Boss Eine kleine Sprengladung müsste das Problem lösen Ja Räumen wir hier ein bisschen umdeckter Roger Platzierer Sprengplatz Zwei 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 Ich brauche Deckung Ups Audiostörungen ja Ups Da ist derruktur moons bitte D ellas R southwestern Zwei 印 Tse S erste stars rumsteht, hätte ich unten mal gebraucht so, alle sind voll freut mich, dann lade ich gleich mal nach speichern nochmal ab haben wir uns zur Sicherheit und dann können wir eigentlich hier direkt loslegen brechen Sie die Tür auf ja, los warten Sie Delta ja, breche Manöver ab boah, nicht schon wieder die Tür ist offen, gehen wir nein, warum musst du denn da zwischenlaufen finden Sie die Verladestation oh Gott wenn Sie den Speicherpunkt und wieder Munition hier sind Bugs Deltas ja, die, ich hasse die fände da extrem viel aus ja, freche Munition ich denke, gegen die vielleicht sogar auch am besten aber noch besser die Pistole anwenden sollte ich brauche noch nichts auf die Munition äh okay, jetzt machen wir uns zur Ruhe eliminiert ich schätze, wir müssen durch die Tür da hier muss irgendwo eine Steuerkonsole sein an die Arbeit, Deltas hacken Sie endlich das Terminal-Kommando okay okay so ich muss nachladen muss man so ach, da liegt nur eine Munition rum wo ich mir da hinbeche Delta 4-0 ist tot wir machen Sie platt, Deltas er hat hier so viel oh, nicht schon wieder die ey 07 muss flächen, hilflich und so viel Schaden raus, ne ich bin selbst tot, toll Moment, Sir ja, toll es ist nicht gerechnet okay, was das bringt er für mich aber auch extrem Ich hab keine Schilder mehr. Fuck, ey. Ist ja wohl da Heilung oder so? Nö, ne? Aber meine braucht es keine da. Da hat sich nichts hier. Nur 70 Schüsse, eh. Versuchen wir jetzt mal die andere Waffe jetzt hier. Die hier. Nein, nicht die. Diese hier. Petsor sieht hier aus, ne? Ja, toll. Toll. Aber ich hätte hier, glaube ich, gespeichert gehabt, ne? Genau. Ich muss noch sagen. Wir haben Fixer verloren. Miss. Augen auf, wir bleiben Deltas. Wenn Sie mir im Weg stehen, kann ich meinen Kopf nicht machen. Helft mir, schnell sein! 6-2 hat's erwischt. Helft ihm. 6-2 hat's erwischt. Helft ihm. 0-7 hat's erwischt. Helft ihm. Was ist denn die richtige Waffe, die hier will ich haben. Fuck, ey. Geh dich drauf, ey. Nein, ein Delta Leader. Ja, ich hab die schon nicht vergessen. Keine Sorge. Meine Leute vergesse ich nicht. Die Geo-Waffe wieder. Zurück, zack. Alle wieder anwesend. Findet noch irgendjemand? Ja, ich bin fast tot. Okay, da hinten ist Heilung. Ich mach das mal kurz selbst jetzt hier, sonst sind wir noch ewig dran. Die anderen werden sich schon selbst irgendwie hochheilen. So, jetzt mal Hauptaufzug. Okay, jetzt haben wir die Waffe auf, wenn die können wir perfekt gegen die Droiden einsetzen. Achtung, noch ein Spindroide, 12 Uhr. Diese Typen gehen mir langsam auf die Merschen. Äh, wo denn? Ich bin angeschlagen. Ach, da. Oh, nee. Brauche Medikamente. Fuck. Jetzt die andere Waffe besser. Genau die hier. Okay. Okay. Ich hasse diese Viecher, die sind fast so schlimm wie die, noch schlimmer als die zwei Kampfdroiden. Also ich war es ja auf den roten Punkt zielen, das weiß ich noch. So, also alles noch relativ, ja gut, gut will ich jetzt nicht sagen, aber geht noch von den Leben her. Wir müssen seit Notfall zwar schnell zu Fack vergehen. Wir machen die Klapperkisten alle. Ich lade nach. Ich belebe bei den einen Typen jetzt wieder. Ich bin bereit. Ist cool, dass er mich nicht trifft. Das scheiße, ich muss aber irgendwann mal drauf gehen. Nein, rennt mir doch nicht in den Weg rein. Eck da. Ops, Entschuldigung. Warum hören die Jungs nicht einfach auf? Klug mit dem Geklapper. Ich übel muss. Ich übel muss. Endlich. Das war realistischer als die Simulationen. Sie. Bacta. Jetzt. Besorge Bacta. Ich dachte, sie wollten nie Fragen sagen. Für mich besser. Das hat geholfen. Ich bin voll. Perfekt. Ich bin voll seit Neuestem. Perfekt. So, dann können wir loslegen. Aber hier ist sowieso der Sprecherpunkt. Ich bin jetzt die Tür, Soldat. Ich hoffe, diesmal klappt es auch direkt. Platziere Sprengsatz. Gesichert. Keine Ahnung. Geht euch mal weg. Geht euch mal weg. Okay, alles klar. Geht euch mal weg. Geht euch endlich drauf. Das müsste der Aufzug zur Brücke sein. Ich weiß nicht, wie egal, wo dieser Aufzug hinfülle. Ich wäre einfach nur weg hier. Endlich. Ich würde auch irgendwann schießen. Okay. Raus hier. Hallo, Soldat. Kommt. 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 Andere Waffe. Nochmal andere Waffe. Genau, diese. Im Bauch der Bestie. Im Bauch der Bestie. Okay, es hört sich gut an. So, nochmal nachladen. Speicherpunkt ist auch direkt erwischt. Delta T befindet sich auf Zubebene 0, 0, 0, 1. Rote Arbeit 3, achten Sie jetzt die Brücke und besorgen Sie die Codes. Roger. Bewegung Deltas. Das Schiff ist gleich Geschichte. So, die Kaffee ist nicht einfach zu bewegen. Hätte ich gar nicht gedacht. Gleich das ist eine Zubekonstruy. So, was ist hier noch so? Munition war wir. Auch wenn ich nicht unbedingt welche brauche, aber ich nehme sie gerne mit. Bewegung. Droiden. Ich bin extrem schnell drauf. Gerade nach. Ausfall der kritischen Systeme in vier Minuten. Viel, viel Minuten, aber noch Zeit. Wir müssen uns mal dran, vom Schiff zu verschwinden, bevor wir es zerstören. Wir müssen uns mal dran, vom Schiff zu verschwinden, bevor wir es zerstören. Da hat ja wohl jemand aufgewickt, Delta. So, Leute, Tür aufmachen und los. Störung der Stabilisatoren, Systemausfall wahrscheinlich. Ich wollte mir hier die richtige Waffe erheben. Ich bin ganz schnell drauf. So, ich bin ganz schnell drauf. Kann nur was er. Kann nur was. Fuck. Sollte ich so ins Rampenlicht drauf? So, dann mögen sie einen ja am liebsten. Keine ist weg. Der andere ist auch weg. Keine Heilung hier irgendwo? Aushalt der kritischen Systeme in 3 Minuten. Mh... Na komm... Fuck... Shit... Reanimieren Sie Ihren Kameraden. Durchhalten Deltas, wir sind gleich da. Aber drücken wir in die falsche Richtung, das ist nach oben. Die Brücke müsste hinter dieser Tür sein. 2,300, perfekt. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad hinter. Bin unterwegs Team Leader. 6-2 ist kampfbereit. Ausfall der kritischen Systeme in 2 Minuten. Da geht zwar in den Loch... Tür aufbrechen, los. Natürlich, Sir. Platziere Sprengsatz. Bagdad verabreicht. Max. Auffassen. Tür ist offen. Gehen wir. Redeterminiert. Wir müssen uns beeilen. Los, Deltas. Schnappen wir uns die Kurs und dann nichts wie weg. Ok, ran da. Pass doch die Konsole auf, anders kommen wir hier nicht raus. Das ist bei Heilung, das muss zeigen sein. Oh, das überkommt mich rein. Eie. Das Tod, eh. Scheiße. Oh fuck, ich hab die Brücke übersehen. Durchhalten, Deltas. Durchhalten, Deltas. Auff. 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 Er ist krank. Hey! Die Tür den nicht kaputt ist. Das bringt nichts. Hier geht hier extrem werfen gegen... sehr viele Gegner. Ab! So! Nicht lange nach! Störung der Stabilisatoren, Systemausfall wahrscheinlich. Die Folge Star Wars Republik Kommando ist damit leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, in denen du dich jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommt es zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür einfach in die Mitte klicken. Ich hoffe auf jeden Fall auch, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Und von daher kann ich auch sagen, Möge die Macht mit dir sein. Ciao! So! So! So!